Technologie verändert sich und das Metaverse könnte hier ein elementarer Baustein sein. Wir bei Deloitte suchen Talente, die Spaß daran haben, gemeinsam mit uns in genau dieses Thema einzutauchen. Hier bei unserer Metaverse Experience. Neue Technologien kommen bei uns in allen Bereichen zur Anwendung, denn Innovation und Digitalisierung sind Teil unserer DNA. Uns ist wichtig, dass die Teilnehmenden unser Arbeitsumfeld kennenlernen. Deshalb nehmen wir sie mit auf eine Reise durch unsere Labs, die Deloitte Garage und unsere Factory. Wir sind bunt, divers und vielfältig und unsere Teams arbeiten interdisziplinär auf nationaler und internationaler Ebene zusammen. Mit dem Thema Metaverse habe ich vorher noch nicht so viel verbunden, aber heute habe ich gelernt, dass es sowohl für einzelne Personen, aber auch vor allem für Unternehmen ein wertvolles Asset in der Zukunft sein kann. Besonders cool fand ich, dass uns gezeigt wurde, wie man Blockchain-Technologie anwendet. Und auf der anderen Seite auch die regen Diskussionen, die über die ethischen Herausforderungen geführt wurden, die mit der Entwicklung des Metaverse einhergehen. Es war auf der einen Seite total interessant, zwei Tage mit so vielen motivierten Studierenden zusammenzuarbeiten. Und auf der anderen Seite hat es einfach unglaublich viel Spaß gemacht, alle für das Thema Metaverse zu begeistern. Das Deloitteam war sehr aufgeschlossen und ist den Leuten locker entgegengekommen. Es war eine sehr kollegiale Atmosphäre von Anfang bis Ende, sei es von den Deloitte-Mitarbeitern, aber auch die Leute, die ich hier kennengelernt habe. Und ich bin gespannt, was das Unternehmen auch in Zukunft mit sich bringt.